So, das ist unsere Küche zu Ostern hier. So schön alles, so schön sauber. So, hier sind wir im Wohnzimmer. Ich liebe Ostern. Ich finde die Deko immer so schön. Hier ein bisschen, überall ein bisschen. Und das für mich. Was? Ja, leicht. Und wir haben aber hier draußen auch. Die Sonne scheint so schön. Schön, oder? Die Sonne scheint. Und oben. Geh ich auch noch mal kurz mit euch zusammen. Cool, oder? Bist du, Hansi? Hello? Ich kann noch mal bitte kurz über mein Make-up kurz sprechen. Das ist das Spielzimmer von den Kindern. Das ist das Schlafbereich von den Kindern. Oben schläft der Kimi, unten schläft Eli. Die Bücher dazu, die wir nicht lesen. Das ist später das Badezimmer von den Kindern. Mit einer Dusche. Das ist das Bereich der Eltern. Schlafzimmer von Mama und Papa. Unser Bild müssen wir noch aufhängen. Hier kommen wir zum Ankleidezimmer. Wenn ich euch detailliert zeigen soll, wie viel und was an Schmuck ich habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, das ist Michaels Bereich. Und das ist mein Bereich. Oh, das muss ich mir nach unten nehmen. So, dann sind wir auch schon hier. In unserem Badezimmer. Riesen Badewanne. Die Toilette mit ganz viel Parfüm. Okay. Peace out. Das war's auch schon. Mehr habe ich gar nicht zu berichten. Keller gibt's irgendwann. Tschaui.